In dieser Trainingseinheit befassen wir uns mit dem mobilen Untergestell PDA 2000 von Bosch. Auf das PDA 2000 passen alle grünen Tisch- und Unterflurkreissägen. Durch den Klappmechanismus und die Räder ist für einen einfachen Transport der Säge von einem Arbeitsbereich zum anderen gesorgt, ohne Demontage. Am Arbeitsplatz angekommen, steht die Säge schnell wieder stabil und ist sofort einsatzbereit. Der Standfuß ermöglicht es, das Untergestell mit samtmontierter Säge im eingeklappten Zustand abzustellen oder zu lagern. Und nun viel Spaß mit dem mobilen Untergestell PDA 2000 von Bosch.